Wir wollen den längsten Bev-Drift der Welt ins Genussbuch, der Weltrekord eintragen lassen. Es hat tatsächlich ja noch niemand mit einem Batteriefahrzeug so einen Versuch gestartet. Das heißt, heute geht es wirklich darum, hält das Auto, was es verspricht? Ist es wirklich das sportlichste Batteriefahrzeug? So today, Porsche is attempting to set a new Guinness World Records title for the longest vehicle drift in an electric car. I am here to verify the evidence, to witness the attempt from Guinness World Records perspective. I also have Denise Ritzman here. She is a vehicle and drifting expert, giving me her very professional opinion. She's a very accomplished driver. We are here to witness the Guinness World Records attempt by Dennis Ritterer of the Porsche Experience Center Hockenheim Ring. He's attempting the longest vehicle drift in an electric car. Gerade die Strecke hier ist extrem schwer, weil es unterschiedliche Gripverhältnisse sind. Von daher bin ich sehr gespannt, wie er das macht. Nebenwirkungen sind die Kale. Und jetzt geht's mit der Kale. Mit der Kale. Die Kale. Eine Kale. Die Kale. 2. Die Kale. Die Kale. Die Kale. Die Kale. Die Sache ist, dass man die Fahrrad mit dem Fahrrad verwendet hat. Man kann das mit viel Kraft benutzen, weil es ein Fahrrad ist. Aber wir versuchen, dass es so effizient ist. Ich benutze die Fahrrad-Schrains erst zu den Fronten, um ein bisschen Kraft zu verwendet, um das Fahrrad zu verwendet, und dann bin ich wirklich effizient. Selbst wenn ich ein großer Angle hatte, dann habe ich die Fahrrad-Schrains ein bisschen, und das Fahrrad-Schrainschaft hat mir geholfen. ARD Text im Auftrag von Funk